Öl, oder ist er Öl, ne? Ja, nice! Jetzt verrecke ich, oder was? Hallöchen und Fink, und willkommen zu einer weiteren wunderschönen Folge Minecraft Novos, heute am, was ist heute? Donnerstag! Ha, Leute, es ist ultra warm, deswegen ziehe ich diese Folge jetzt noch schnell durch. Ich wollte die eigentlich mit Klim aufnehmen, aber, wenn mein Internet immer noch so eine Kacke ist, kann ich mit niemanden aufnehmen, weil ich im Teamspeak einfach Dinge wie ein beschissener Roboter. Jetzt kommen Techniker, der kümmert sich dann morgen drum, also heute in dem Sinne, wo die Folge kommt, und ich hoffe, der findet eine Lösung. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen rausgehen, ein bisschen Pokémon aufnehmen. Ähm, es kommt ab heute übrigens... Wow. Es kommt ab heute übrigens, ähm... Kommt Chaos in veränderter, ähm, Dingen. Ein bisschen verändert. Minecraft Chaos haben wir ein bisschen abgeändert, äh... Ich hab nämlich eine Idee gehabt und hab mir gedacht, boah, das ist mega geil. Das müssen wir noch dazu packen, und zwar Lucky Blocks. Es gibt ab jetzt bei Minecraft Chaos Lucky Blocks. Und wir haben zwei Folgen bis jetzt aufgenommen, und Leute, diese Folgen sind mega geil. Schaut einmal vorbei, ich würde mich da mega drüber freuen. Link zu Minecraft Chaos findet ihr unten in der Beschreibung. So, aber wir sind ja nicht bei Minecraft Chaos, wir sind bei Minecraft Novos, und deswegen gucken wir mal, was wir jetzt heute, ähm, machen sind, tun. Wir haben jetzt ein Weed, das können wir umwandeln in was zu futtern. Dann haben wir hier noch was drin. Oh, der Generator ist leer. Generator ist leer. Das heißt, hier kann nix packen, nutzen, tun. Warum packt er da nicht rüber? Weil er keinen Strom hatte, oder was? Ja, verstehe ich nicht so ganz. Wir nehmen mal das raus und packen das mal hier oben rein. Wir können wirklich hier nicht reinpacken. Okay, Uranium können wir also nicht von Industrialcraft war das. Das müssen wir woanders umwandeln. Das heißt, wir packen sie erstmal zurück in diese Kiste. So, Jetpack. Ich war dabei, uns ein Jetpack zu basteln. Das Problem daran war aber... Oh, Kühlschuhe. Stimmt, hatten wir ja jetzt auch. Wir hatten ja alle, wenn ihr das richtig in Erinnerung habt. Ja, soweit fertig. Uns fehlt nur noch drei Leder. Ja, und ich würde sagen, dafür machen wir uns jetzt auf die Socken. Und gehen ein bisschen Leder suchen. Da, ich finde es mega kacke, dass die Köpfe droppen, weil jedes Mal dadurch ein scheiß Grabstein entsteht. Wenn man denn nicht weiß, brauche ich das, brauche ich das nicht. Ich will die ganze Zeit vor langsam und ruhig reden, weil ich eben mit Klimi aufgenommen habe. Und da habe ich langsam und ganz ruhig und so, ne, so halt ein bisschen so immer zwischen den Worten ein wenig Pause gelassen. So halt, wie ich es gerade, ne, demonstriert habe. Ganz einfach, weil ich halt so lege und das dann nicht so krass war. Deswegen muss ich mich gerade umgewöhnen, dass ich hier nicht so, wie so ein Vollspack die ganze Zeit am Scheißelaber bin. Ihr seht, wie es leckt. Ich brauche es ab, sagt, oh, jetzt ging es schnell. Ist halt ein bisschen kacke, ist das Öl hier vorne? Hier mit Öl. Oder ist das Öl, ne? Ja, nice. Jetzt verrecke ich, oder was? Nice, ich verrecke. Das tue ich doch gern. Oh, leck mich am Arsch, ey. Okay, halt mir fest. In Öl kann man nicht schwimmen. Oh, wenn ich da jetzt verreckt, das wäre scheiße gewesen. Was ist das denn hier? Ist das unter der Erde, oder warum wäre das auf der Mini-Map so rot angezeigt? Oben rechts sei jetzt gerade durch drüber gelaufen, was ich seit. Oh, wir ziehen jetzt einfach weiter. Nicht in das Öl springen. Das Quicksand, das nehmen wir uns mal mit. Weil man weiß ja nie. Vielleicht brauchen wir das, ja. Eine oder andere Idee hätte ich. Oh ja, habe ich sogar wirklich. Ja, doch, kann man machen. Wie war das mit Quicksand? Kommt man da durch? Ja, man konnte sich da drin bewegen. Okay. Nehmen wir da auch noch ein bisschen mit. Weil wir können damit locker, ohne Probleme eine geile Falle bauen. Muss mir nur noch überlegen, was für eine. Oh, mir, nicht wie früher schon zu dieser Wüste hin hier. Da hätte ich mir Sand mitnehmen können. Ja, aber ihr seht, wie es leckt, ne? Das ist nie alles perfekt plötzlich. Baut sich immer mal wieder auf. So. Eine Muku. Da geht es dringend nach Hause. Muss ich mir merken. Wir brauchen keinen Quicksand. Ach, nicht schon wieder, ey. Alle, ihr würdet doch irgendwo eine fucking Maus, ähm, eine Muku, ähm, Kuh geben. Und da drüben ist ein Totem. Das gönne ich mir jetzt. Erinnert sich 5000 verschiedene Viecher spawnen. De, 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 de. De, 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 de. De, 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 de. Oh, drei Stunden später. Vielen lieben Dank. Ja, ich halte es jetzt, den Rest dem mitzunehmen. Ich wollte jetzt nur diese, äh, Essenzen haben. Können wir das hier eigentlich Barley? Können wir das umwandeln? So, Barley Seeds. Okay, können wir das umwandeln zum Brot? Nee. Können wir damit machen? Korn. Können wir Korn einfach so essen? Ja, probieren wir jetzt nicht aus. Probieren wir zu Hause aus. Mensch. Dip, di, dip, dip, di, dip, di, dip. Kühe scheint ja wirklich mangelbarer zu sein. Aber ohne Scheiß jetzt. Kühe? Gibt es überhaupt Kühe in diesem Modpack? Ja, da ist eine. Ich habe eine Kuh gefunden. Da sieht man nach Warlebendorf. Die war schon jemand. Und hat wahrscheinlich auch Kühe gesucht. Vielen lieben Dank. Ach, eine Kuh. Zwei Leder. Einen Leder brauchen wir noch. Hier sind noch mehr Kühe. Bist. Zwei Kühe bringen wir noch um hier. Wunderschön, wunderschön, wunderschöne Kuh. Endlich. Also eigentlich würde ich ja gerne irgendwie hier wohl, ne? Nur die Grundstücke sind halt schon zugeteilt, oh. So, da kann ich ein Solo-Projekt sein. So würde ich sagen, ich ziehe einfach um. Wow. Bist du mir auch wenigstens ein bisschen Leder? Sehr, sehr nett von dir. Mensch, immerhin eins. Ist das ein Willow-Boot? Ja, dieses Willow-Baum. Yep. Wunderschön. Nimm mal mit. Weil die Septics davon ist ein Gold wert. Und die Metafel. Nice. Weißt du, muss ich diesen Baum auch noch abbauen? Das wollte ich noch gar nicht. Ah, da ist noch mehr drin. So, jetzt aber. So, vielen lieben Dank. Okay. Erkennen die Scheiß-Saplings. Danke. Da haben wir sie. So, lassen wir hier diesen Scheiß hier. Braucht kein Mensch. Nehmen wir noch ein paar von den Saplings hier mit. Dann können wir auch ein paar andere Bäume bei uns anpflanzen. So. Hier finden wir auch noch irgendwas. Hier ist ein bisschen Aluminium. So, und dann können wir nehmen wir noch ein paar Schafis. Alter, wie viele Schafe sind denn die bitte? Es ist Probleme, ade. Also bitte. Kein Problem mehr. Danke. Das finde ich schön. Das finde ich schön. Ganz viele Schafis und ganz viel Essen für mich. Nur für mich allein. Ja, aber wirklich. Die Essensprobleme auf dem Server, die sind für mich noch enorm. Ich habe noch kein funktionierendes Essenssystem. So, jetzt können wir hier wieder zurücklatschen. Und dann können wir uns, als wir futtern können. Und dann können wir jetzt Jetpack fertig bauen. Oh, da oben sind noch mehr Schafe. Aber dann drückt uns ja sie mehr davon. Nennen wir noch das Schaf mit. Dann machen wir wieder auf die Socken heim. Und ich hoffe, dass es gut geht. Mein Internet ist aber irgendwie, wie da geht. Ich hoffe, heute Abend noch irgendwie so einen Vlog machen zu können. Und dann. Was fein ist wieder zu haben. Wo er mal sagen kann. Hey Leute. Ich kacke. Was ist das denn? Ach was. Ach was. Wer gönnt sich denn hier was? Was ist denn hier? Ender Chess. Bowning Block. Digital Miner. Was macht der denn? Das verstehe ich nicht so ganz. Okay, whatever. Auf nach Hause. Zurück in die Heimat. Einmal da oben vorbeigeschaut. Ich habe schon wieder keine Ahnung, wer da wohnt. Wenn da fallen sind, wissen wir es ist das Debitor. Will ich jetzt auch noch mitgenommen, wenn wir glücklich sind. Dann haben wir mehr als genug. Was sind das eigentlich für komische Kackdien? Ja, Danny, Mami hat leider auf die Socken. Gleich. So, weil ich nehme wieder den Danny-Style mit und dann gehen wir auf Pokémon-Jagd. Also ich könnte halt auch mal produktiv sein abends, aber wenn mein Internet halt so kackig ist, lohnt sie das nicht. Natürlich, YouTubers Live möchte ich auch eigentlich weitermachen. Im Moment reizt es mich nicht so krassen Singleplayer aufzunehmen. Dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich möchte auf jeden Fall YouTubers Live nicht abrechnen. Ich möchte das weitermachen, aber ich denke mal, das wird so noch die Woche, denke ich mal, sich so ziehen. Ich muss da irgendeinen Tag finden, wo ich mal wieder ein bisschen mehr Ruhe habe, ein bisschen mehr chille. Bei Pokémon raubt halt eine Menge Zeit. Weißt du, in der Zeit, wo ich YouTubers Live aufnehme, gehe ich halt gerne hin und zocke Pokémon. Weil warum nicht? Haben wir irgendwelche Ohren? Nein, aber da haben wir zu verdammt. Zack, Dett, komm da rein, Dett, kannst du braten, wunderschön, viel Spaß damit, dange. Oh, jetzt kommt da Gold rein. Nice. So, noch was zu fuddern, dange. Perfekt. So, dann gehen wir nochmal pinnen. Oh, herzlich. So, wir gucken uns nochmal kurz von Ihnen hin. Dann sind wir glücklich. Zack, perfekt. So, dann können wir jetzt hingehen. Fuddern nochmal was. Und Leute, wenn man in den Neck geht, ne? Ohne Scheiß. Dann werde ich am Wochenende hingehen und streamen. Ach, das ist nämlich längst überfällig, Leute. Das ist längst überfällig. Boah, Danny, jetzt halt doch mal die Schnauze. Ich bin am Aufnehmen. Jetpack. So, so, da kommt Eisen zwischen. Okay. So, Leute, guckt euch an. Oh, wie laden wir das jetzt auf? Thermal Expansion. That is the energetic infuser. Oh. Oh. Activated charge health items. Must remain in Hotbar. Ja, wie laden wir das auf? Wir brauchen einen Energetic Infuser. Wobei, das ist gar nicht so schwer zu basteln. Energetic Infuser. Brauchen wir noch einen Maschinenframe. Inva brauchen wir dafür. Steel brauchen wir. Wow. Inva. Woher bietet das? Wahrscheinlich. Wow. Aloe Smelter. Wo kriegen wir den her? Ach, ich kriege schon wieder das Kotzen. Aloe. Vernon's, Cauldron, Machine Chases. Oh, Leute, das machen wir alles im Livestream. So, es ist Donnerstag. So, mit Glück. Stream ich am Freitag oder am Samstag. Einen von beiden Tagen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich würde super gerne das Jetpack jetzt auch nutzen. Aber dafür müssen wir wahrscheinlich einfach zu wem anders eben kurz gehen. Und das da kurz aufladen. Ich glaube, das machen wir auch mal eben kurz. Ich glaube, das machen wir auch mal eben kurz. Zack, werden wir mal die ganzen Sachen hier kurz los. Basteln uns vor. Noch eine Kiste. I-Flieger, hau ab. So, zack. Noch eine Kiste hingebastelt. Den lieben Dank. Für die Blümchen. So, zack, 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 zack. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Jetpack. Kev. Kev kam noch sicherlich. Dem können wir auch noch ein bisschen Energie geben. Wir haben Kohle genug dabei. Wir haben Holz genug dabei. Da können wir mal unser Jetpack eben aufladen. Machen wir. Und dann sind wir nämlich auch schon langsam am Ende der Folge angekommen. Und dann gucken wir mal, was der Kev so inzwischen hat. Also ich habe schon wieder gar keinen Bock mehr, ne? Was die anderen so krass haben. Da muss ich mich im Livestream mal in Ruhe mit auseinandersetzen. Aua. Ja. Lass mich doch in Ruhe. Alter, leck mich am Arsch, Kev. Ey, leck mich am Arsch, du. Ja, gut. Der hat sich halt, ne? Oh, leck mich doch am Arsch. Wo hat der Kev denn seine Maschinen? Du kannst mir nicht erzählen, dass das alles seine Maschinen sind, die er hat. Das glaube ich nämlich nicht so, Jans. Wo geht denn das, Jans hin? Der Kev hat dann, als ob der noch kein Jetpack hat. Kart-Assembler. Da wollen wir nicht ran. Hm. Er hat schon so labrendet. Ja, Moment. Hä, bin ich jetzt bescheuert? Als ob der Kev noch nichts hat? Wir bauen jetzt ein Minecraft und folgen dieser Minecraft-Strecke. Da kriegen wir noch hin. So, zack. Minecraft, vielen Dank. Und dann landen wir. Gucken wir mal, wo wir landen. Hallo. Fuck. Ja, jetzt habe ich ihn wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Egal, Kev. Viel Spaß damit. Hä? So. Er hat gebackt. Das war das Problem. Drei Sätze losfahren und gucken, wo wir landen. Lernen wir dann eine neue Base. Und wir sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch noch ein bisschen oben da. Da würde ich mich drüber freuen. Wir gucken jetzt mal einmal, wo wir landen. Wo zur Hölle fahren wir denn hin? Ich wollte doch einmal nur mein Jetpack aufladen. Als ob Kev nichts zum Aufladen hat. Verstehe ich ihn nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Wow. Hier endet die Fahrt, oder was? Wow. Awesome. Oh, lädt mich doch im Arsch, Leute. Oh, Mann. Ich möchte einfach nur mein Jetpack aufladen und jetzt fallen da sonst wo hin. Kev, was hast du hier gebaut? Im Ernst jetzt. Wir sind jetzt zu Dena gefahren. Wow. Hat Dena denn etwas? Nein. Dena hat auch nichts. Okay. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lebt ihr doch oben da. Diamanten. Wow. Jetzt wollen wir etwas explodieren. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Und ich versuche jetzt irgendwie an Energie zu kommen. Haut rein. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.